So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und letztens wurde ja das Psychospektakel angekündigt. Ich habe es ja noch kein Video dazu gemacht, ich hatte noch andere Dinge zu tun. Jetzt heute Montag normalerweise Max Out Monday, aber ich dachte wir setzen damit mal kurz aus und besprechen das nächste Event, was schon am Mittwoch anfängt. Mittwoch? Mittwoch, ja Mittwoch. Und danach reden wir nochmal ganz kurz über die Safari Zone 2020. Wansig, die ja anders stattfanden als geplant und nachgeholt werden sollten, es lange ruhig war und jetzt die Nachholtermine bekannt sind. Es wird also demnächst die drei Safari Zone nochmal geben. Ich habe für alle drei Safari Zone Tickets und ich denke mal, ich werde die auch im Livestream übertragen. Immer an den Wochenenden, wenn die stattfinden. Vielleicht habt ihr ja Bock, vielleicht seid ihr auch dabei, vielleicht habt ihr auch noch ein Ticket. Red mal gleich drüber. Jetzt erstmal Psychospektakel 2021 mit Iskala. Ist wieder was, womit ich natürlich nichts anfangen kann. Wie gesagt, ich kenne nur Gen 1 Pokémon. Iskala ist also der Dude, den man hier sieht. Der aussieht wie ein Pilz, aber auch irgendwie wie eine Qualle. Kann das was? Ist das was? Wird es wahrscheinlich nicht als Shiny geben erstmal, weil das das erste Mal eingeführt wird. Generell gibt es irgendwie keine Meldung über neue Shinies beim Psychospektakel, aber die Pokémon, die es gibt, sind viele dabei, die natürlich Shiny sein können. Aber es gibt keine neuen Shiny-Einführungen. Muss nicht immer sein. Kann man ein Event auch mal in Ruhe angehen lassen. Sich auf Bonbons konzentrieren, Bonbons farmen, sonst was. Noch Pokédex-Einträge, die einem vielleicht fehlen. Und eben auch das neue Pokémon hunden. Was ich dann auch wieder als männlich, weiblich, lucky, brauche für den Pokédex komplett. Und gucke, dass ich 200er bekomme, ne? Easy going. Also, oh mein Gott, sowas hätte ich noch nie gesagt. Gucken wir mal aufs Psychospektakel. Gibt es ja jetzt seit ein paar Jahren. 2018 gab es das das erste Mal. Damals gab es das mit Molly Morba und Monozyto. Das war die Zeit, wo mein Account damals 30 Tage gesperrt war. Ich mit einem anderen Account das Psychospektakel spielen musste. Und es für mich ultra schwer war, auf dem Hauptaccount da noch Molly Morba und Monozyto zu bekommen. Beziehungsweise genügend Bonbons. Auch für die Entwicklungen. Dadurch ein bisschen dran zu knabbern. Das war auch die Zeit, wo irgendwie diese Genesekt-Forschung war mit Ticket. Jetzt ist also neu angekündigt, das Psychospektakel für dieses Jahr am Mittwoch. 8. September. Heute ist Montag, am Mittwoch. 10 Uhr. Startet das wieder. Schreibt es euch wieder in Sendy-Reihe in euren Kalender. Am Mittwoch bis zum Montag, 20 Uhr. Ist also nicht mal eine ganze Woche. Ist weniger als eine Woche. Muss auch nicht sein. Manchmal, wenn die Events hier drei Wochen gehen, dann haben die Leute schon nach einer Woche keine Lust mehr. Ist also kurz und knapp. Trotzdem gibt es eben Iskala als neues Pokémon auch mit seiner Entwicklung zusammen. Was ja dann irgendwie umgekrempelt ist. Ob Iskala was kann, weiß ich wie gesagt nicht. Kenne mich damit durchaus. Aber ist immer schön, wenn man was Neues ins Spiel bekommt. Außerdem geht die Spezialforschung mit Hoppa weiter. Also Hupa. Obwohl man ja gestern Hupa im Kapitel 3 schon fangen konnte. Geht trotzdem jetzt die Spezialforschung noch weiter. Da sind noch einige Seiten offen und wir sind gespannt. Wird es in der Spezialforschung vielleicht am Ende sogar das entfesselte Hoppa geben. Also Hupa. Wir haben ja nur das gebannte, das kleine, schmierige. Aber wir wollen ja das große, böse, brutale. Es kann doch nicht sein, dass jetzt in Kapitel 3 das Highlight war. Und obwohl das immer weiter geht, da nur noch Schmutz drin ist. Also ich glaube irgendwas krasses wird uns auf jeden Fall in der Spezialforschung noch begegnen. Und wenn es die entfesselte Form von Hupa ist. Hoppa. Geht es hier weiter. Nämlich mit den Raidbossen. Beziehungsweise. Ne geht es nicht. Ich habe schon wieder alles überflogen. Psycho-Pokémon wie Abra, Traumado, Molimorba, Monozyto, Pykraulon und Iskala erscheinen wild. Also Iskala, ihr müsst nicht unbedingt raiden dafür. Ihr kriegt es auch wild. Ihr kriegt es auch aus Feldforschungen und so weiter. Für mich schön, dass Abra dann mal wieder vermehrt auftaucht. Abra bekommt ja auch eine mega Entwicklung. Deswegen möchte ich natürlich jetzt schon mal ein Abra zu Base Body machen. Ein Abra dann auf Level 50 ziehen können. Dass ich die Mega-Entwicklung wieder auf Level 50 habe. Abra passt also richtig gut hier rein. Ansonsten Pykraulon. Auch ein eher selteneres Pokémon. Wer das noch nicht hat, kann sich das noch mitnehmen. Molimorba, Monozyto. Auch zwei eher seltenere Exemplare, die man sonst nicht unbedingt sieht. Kann man natürlich hier schön dieses ganze Psycho-Gebambel-Querbeet einsacken. Feldforschungen für Fleck, Noil, Iskala und mehr. Ja, Fleck, Noil, red man nicht drüber. Braucht man eigentlich nicht. Iskala, Feldforschung, gut. Kriegst du auch wild. Schnappschussüberraschungen. Wenn ihr die Medaille noch nicht habt, macht man ein paar Schnappschüsse. Was wird da drin sein? Auch Iskala, Abra, sonst was. Verschiedenes. Macht das einfach mal, ihr wisst ja nicht. Irgendwann kommen noch die, was weiß ich, für Medaillen rein. Deswegen immer alles mitnehmen, wo ihr Schnappschüsse machen könnt. Das ist so eine nervige Medaille. Aufkleber im Shop an Pokestops oder in Geschenken. Das ist auf jeden Fall wild. Braucht man unbedingt. Raid-Bosse. Jetzt wieder was Interessantes. Ihr wisst, wir machen ja immer regelmäßig Raids für Zuschauer. Am Wochenenden meistens mit Legendären in der Woche auch mal Mega-Raids oder eben Stufe 1 oder 3er, wenn da was Interessantes dabei ist. Mit dem Psychospektakel gibt es dann also Stern-Du, Palim-Palim, Bronzel, Psy-Yau und Iskala in den Raids. Stern-Du, Palim-Palim, Bronzel können alle shiny sein. Psy-Yau und Iskala noch nicht. Aber ich finde jetzt nicht, dass im Ein-Sterne-Raid irgendwas Interessantes dabei ist. Ist da was drin, was ihr raiden würdet? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Psy-Yau was, was man ja nicht wild fangen kann. Was es bisher nur im Raid gab. Wer da also ein Hunderter möchte, muss raiden oder halt auf Eier schwören. Aber braucht man eigentlich auch nicht, ist auch nicht so wichtig. Ansonsten könnt ihr da Palim-Palim-Raids machen, wenn ihr sagt, das ist ein seltenes Pokémon. Aber gab es auch so die Go-Feste und so diverse Safari-Zäunen immer mal. Das ist ein Pokémon, was viel Staub bringt. Trotzdem, 1er Raids wieder für mich komplett uninteressant. Bei den 3er Raids sieht es schon wieder ganz anders aus. Wir haben weiterhin dann Alola Raichu. Wir haben jetzt letztens schon Alola Raichu Raids angeboten. Für die Leute, die das Shiny noch brauchen. Und Shinux Raids. Shinux gibt es dann nicht mehr. Und ich glaube, wir könnten nochmal so eine Doppelfolge machen. Alola Raichu und Metagross. Eine hoste das, eine hoste das. Da das ab Mittwoch reinkommt, könnte man am Donnerstag also Alola Raichu und Metagross Raids machen. Ich denke mal, Metagross ist was, was viele Leute gerne noch einen guten IV haben möchten. Oder Bonbons sammeln möchten. Immer schön mit gelber Beere fangen. XL gleich auch alles noch dazu. Weil ihr habt Alola Raichu. Ihr habt hier Meditalis drin. Und ihr habt hier den, wo ihn genau, aber... Shiny für Alola Raichu, okay. Metagross, Bonbons, cooles Pokémon. Wird es aber nicht als Shiny aus dem Raid geben. Da könnte man trotzdem wieder warten, bis es Megametagross Raids gibt. Da kann es dann wieder Shiny sein. Und dann kriegt ihr auch gute IV und alles andere. Weiterhin natürlich Lugia ist ja bis 14. noch da. Und Megalamus. Wie wir Megalamus mal unterkriegen oder reinbringen, weiß ich auch noch nicht. Wurde sich aber auch noch gewünscht. Braucht ihr noch Megalamus? Schreibt es mal in die Kommentare, damit man mal eine Übersicht hat, ob jemand noch einen Megalamus Raid machen muss. Dann hier die Hoppa-Spezialforschung. Also Hoopa geht dann weiter. Weitere Kapitel wahrscheinlich, aber auch nur eins. Und dann eine Belohnung nochmal. Und dann am 21. zur Fashion Week wieder eins und nochmal eine Belohnung. Und dann gibt es noch vier Teile. Im Oktober und November jeweils. Iskala sieht man ja auch. Wie gesagt, sieht so aus. Dann dreht ihr das rum. Dann sieht es wieder anders aus. Also es gibt keine neuen Shinies. Es gibt ein neues Pokémon. Könnt ihr reinschreiben, wie ihr das findet. Auf welche Raids ihr euch freut. Freut, wie ihr die Spawns findet. Die Pokémon, die im Psychospektakel kommen. Ist an sich also nicht so spektakulär. Aber wird natürlich trotzdem mitgenommen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Der für mich auf jeden Fall wichtig wäre. Neue Termine für die Safari-Zone 2020. Es gab wie gesagt drei Stück. Liverpool, Philadelphia und St. Louis. Habt ihr euch damals ein Ticket gekauft? Für eine dieser Safari-Zonen. Vielleicht spooft ihr ja und sagt, ja habe ich. Auch wenn ich nicht in die Stadt wollte, wollte ich von zu Hause aus zocken. Wurde ja dann, weil es durch Corona verschoben wurde, sowieso so eingestellt, dass man es von zu Hause zocken konnte. Und die Besonderheit war, ihr hattet die Chance, euer Geld zurückzuholen. Wer das Geld aber nicht zurückgeholt hat, dessen Ticket ist weiterhin aktiv geblieben. Für eben jetzt den Moment, wo es nachgeholt wird. Man konnte das Ticket zurückholen und das Entschädigungsevent spielen. Oder man konnte das Entschädigungsevent spielen, das Ticket aktiv lassen, um jetzt die nachgeholten Termine nochmal wahrnehmen zu können. Eigentlich hat man bei dem Entschädigungsevent auch schon alles bekommen, was es damals gab. Sind viele neue Shinies eingeführt worden, besondere Spawns, alles hin und her. Irgendwelche Spezialforschungen gab es, leicht abgewandelt natürlich. Ich habe mir kein Ticket wiedergeholt. Ich habe alles aktiv gelassen. Ich habe für alle drei noch ein Ticket. Und jetzt habe ich also die Möglichkeit, Liverpool, 15. bis 17. Oktober, die Safari-Zone in Liverpool zu spielen. Philadelphia vom 29. bis 31. an dem Wochenende, die Philadelphia-Safari-Zone zu spielen. Und St. Louis, die St. Louis-Safari-Zone zu spielen, vom 12. bis 14. November. Weil ich damals ein Ticket gekauft habe, was ich nicht zurückgegeben habe. Und es wird auch hier, ihr müsst nicht vor Ort sein, es wird auch wieder weltweit sein, wie das GoFest. GoFest. Es ist nicht möglich, sich nachträglich jetzt noch ein Ticket zu holen. Das sind nur die Termine wirklich für die, die sich damals eins gekauft hatten und es nicht zurückgegeben haben. Wäre ja Quatsch, dass wir es zehn Jahre behalten und alle anderen sagen, ach, ich kaufe mir jetzt dafür eins. Die, die damals das behalten haben, die profitieren jetzt davon. Habt ihr damals eins gekauft? Ja? Nein? Eins? Alle drei? Für welche Stadt? Liverpool, Philadelphia, St. Louis? Stehen auch nochmal die Details da, die es dann immer da gibt. Pokémon der Events erscheinen wild und im Rauch. Also für uns gibt es dann an diesen Wochenenden besondere Spawns, Spawns, weshalb sich ein Stream vielleicht lohnt, weil das sehr interessant sein wird, was da auftaucht. Wilde Pokémon, Pokémon im Rauch, exklusive Spezialforschung und Feldforschungen. Rauch hält acht Stunden an, was natürlich sehr schön ist. Statt einer Stunde acht Stunden, das ist die achtfahre Menge. Lokmodule halten vier Stunden an. Spezielle zwei Kilometer Eier. Und für Philadelphia ist auch angekündigt, eine besondere Überraschung in den Schnappschüssen. Aber das steht nur bei Philadelphia. Philadelphia also die zweite vom 29. bis 31. Oktober. Vielleicht gibt es ja mal wieder ein Rotom im Schnappschuss, was es damals schon mal gab. Einmalig aus Schnappschüssen bei einer... War das eine Safari? Ich weiß es gar nicht. Spieler ohne Ticket ist nichts bekannt. Kann man nicht nachkaufen. Weiß man nicht, ob die da teilnehmen können, ob die da irgendwas kriegen. Ich finde, es wäre völlig korrekt von Niantic zu sagen, dass die nichts bekommen. Wie soll man sich als Ticket-Inhaber denn dann trotzdem fühlen? Ihr kauft da für, was weiß ich, wie viel das Ticket, wartet da zehn Jahre lang und dann ist das weltweit für jeden, egal ob mit Ticket oder ohne, weil die auch diese Forschung kriegen und auch diese Pokémon, also wozu dann das Ticket, ja? Wenn sie es schon nicht so machen, dass man vor Ort hinfahren muss mit Ticket, wie wir es damals beim Go-Fest gemacht haben oder bei der Safari-Zone Dortmund, wenn es schon weltweit ist und so weiter, also lasst das Ticket doch trotzdem noch irgendwie was wert sein und jeder, der sich jetzt aufregt, ja, das ist doch voll kacke, wir ohne Ticket, wir kriegen gar nichts. Ihr könnt doch trotzdem noch mal spielen an dem Tag, was ihr sonst halt auch gemacht hättet. Gönnen den Leuten einfach das, die ihr Ticket behalten haben, dass die jetzt dafür belohnt werden, die, die das nicht zurückgegeben haben, dass die jetzt dafür was kriegen, was andere eben nicht kriegen. Ist halt dann so. Es wird sicherlich ja auch nichts Neues geben, da ja trotzdem alles damals schon eingeführt wurde und für alle erhältlich war. Stadtforscherpass, der bleibt auch komplett aus. Die Leute kriegen ihr Geld zurück, die da eingekauft haben, dürfen aber die Medaille behalten. Stadtforscherpass hatte ich gar nicht, weil das wäre ja eher dann vor Ort gewesen, dass du da spezielle Raids in dieser Stadt hast und 10 Pässe gekriegt hast dafür und die Medaille und andere Items und sonst was. War nicht meins, hab ich nicht gemacht. Hätte ich's lieber mal gemacht, hätte ich mein Geld zurückbekommen und die Medaille im Profil. Aber gut, Medaillen sind ja nicht alles. Wie oft muss ich das hier unten noch wegdrücken? Also, das sind eigentlich die zwei wichtigsten Sachen für heute, weil Mittwoch eben das Psychospektakel losgeht. Ich freue mich auf das neue Pokémon. Ich gucke mal, was ich sonst noch so brauche. Abra XL-Bombombs noch ein paar mitnehmen. Wieder mein Lucky Decks auffüllen eben mit E-Skalar. Ja, das ist wichtig. Und ich hoffe, wir kriegen das hin. Ich weiß ja nicht, was an den Wochenenden sonst dann noch da stattfindet. Aber vielleicht kriegen wir es hin, an den Wochenenden von jeder Safari-Zone einen Stream zu machen. So einen 8-Stunden-Stream, 6-Stunden-Stream. Keine Ahnung. Schön mit Rauch an den Modulen hin und her. Einfach chillen, labern, Fragen beantworten und gucken, was da abgeht und was in der Forschung alles, also in der Spezialforschung alles rauskommt. Schreibt also rein, habt ihr ein Ticket, habt ihr kein Ticket? Seid ihr dabei? Freut ihr euch auf die Streams? Und was ratet ihr im Psychospektakel? Auf was freut ihr euch? Und braucht ihr noch mega lahmlos? So viele Fragen, die meistens keiner beantwortet. Trotzdem war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Peace out. Peace out. Vielen Dank.